schon angenommen, nee. Ich auch. Du bist nicht drin in meiner Gruppe. Warum steige ich denn nicht im Rocket Pass? Also, ich bin schon auf Stufe 2, aber ich muss mir erst Premium holen. Ah, die ist ja nur für den Boost, okay. Hä? Verstehe ich nicht. Klassisches Teamspiel, oder wie ist das hier? Extra. Ich bin gerade echt verwirrt. Wo ist er denn jetzt? Ach, du bist immer noch nicht drin. Aber warum steige ich denn hier nicht? Jetzt ist er drin. Jetzt ist er drin. Ich habe vergessen, umgegeben, auf OK zu klicken. Na toll. So. Ich bin Rocket Pass auch von der 2. Weißt du nicht, was du willst bringen? Und los geht's. Warum bin ich denn nicht Level 2? Ich bin Level 2. Du spielst weniger. Was willst du denn von mir? Weiß ich nicht. Ich bin nur eine ganze Elite. Boah, ist ja voll nervig. Die Gegnersuche kann bis zu 2 Minuten dauern. Je länger du wartest, desto mehr Spiele werden für dich durchsucht. Mehr Spiele? Ist das hier ein Bug, dass das bei mir nicht funktioniert? Weiß ich nicht. Wie gesagt, aus der Gruppe fliegt ihr ja auch dauernd raus. Ja, aber das liegt an dir. Ja, ich weiß. Oh, Reservierung wird an Spielserver übermittelt. Ist ja super. Ich habe eine Reservierung bekommen. Stürmisch. Wie fandet ihr denn den Konto von diesem Bolsonaro, wie der heißt in Brasilien? Das Geld, was dann für die Feuerlöschung geben werden sollte, über für Aufforstung bei uns gilt? War das quasi eher schnittisch gemein? Nach dem Motto, ey, die schaffen wir das alleine? Oder eher sowas wie, ich will wirklich einen guten Arten? Der will doch die Kohle, den Platz haben. Dem ist doch der Wald vollkommen egal. Verstehst du? Dem ist der Wald vollkommen egal. Der will einfach nur den Platz Immobilien verkaufen. So viel Köstritzer und weißt du, was kannst du gar nicht saufen, wie du Regenwald nachholzen musst dafür. Sehr gut. Siehst du, und der Schiki, der bleibt stumm und macht das Ding. Ja, kann nicht. Ja. Guck. So. Gut Play. Au. Der Schiki. I think I'm a spider. I think I'm a spider. I think I'm a spider. Ach, komm. Mein Englisch ist die Yellow from the Egg. Ja, mein Englisch ist die Yellow from the Egg. Is not the Yellow from the Egg, ne? Richtig. Wow. Das war, äh, wow. Das war spitze. Oh. Oh. Warum ist denn da keiner? Ich wollte, du hast mich gerade weggelassen. Ja, da ist doch keiner gewesen. Ja, natürlich. Guck mal, der Ball war doch schon links drin. Nee. Den hättest du nie geschafft. Oh, guck mal, da ist einer vom Rokat-Team. Meinst du? Muss man die kennen? Wer ist denn Rokat? Das ist, äh, Eingabegeräte-Trupp. Ja. Ach so. Ich hab gerade da irgendein E-Sports-Team, oder was man da kennen muss. Ja. Eigentlich schon. Wir haben auch ein E-Sports-Team. Ich glaub, kaum ist der hier zu, dass der hier mit uns sockt. Das wäre ein bisschen... Wieso? Weil wir vollen Loops sind, der doch mit uns auf seinem... Ist doch egal, als ob er sich das ausgesucht hat. Ja, eben. Niveau ist ja auch immer relativ. Ja. Vor allem, wenn es mit A geschrieben wird. Dann ist das Niveau relativ feucht. Feuer, Fuchs! Wir müssen gewinnen. Die Frage ist, ob er wirklich vom Rokat-Team ist. Ne, der wird in das Logo reingepackt oder so. Oder den Namen. Würde ja nicht. Also der spielt schon mal nicht scheiße. Von naja. Du spielst auch nicht scheiße, und du trotz... Trotzdem hast du Schick gewonnen. Das ist auch nicht professionell. Naja, der ist kein professioneller... ...50 Mark. Los, ja. Kommt, Jungs. Mach das Ding mal weg da. Ich like some cheesy-sense-checks. Und Hexen. Der lieb, der fliegt ja... ...wollt... Nein! Los, Schau! Aber der... Mach den rein. Alle drei zusammen. Super. Danke. Gut, gut. Eine Sonnenwurme für alle. Was stimmt mit dir nicht? Ich wollte noch was sinnvoller beschreiben mit diesen Standard-Phrasen. Also. Und da dachte ich, man schenkt... Ja, aber es sollte doch wenigstens Kontext haben, oder? Gut, und dann denke ich mir, mit Tapper, mit Autos und sonst was aus. Gut gerollt, also. Gut gerollt ist halt gekackt. Ja. Kommt, Firebox gefallen. Es sah sehr schön aus. Schicki, das schaffst du. Und was soll ich denn das schaffen? Der war ja ein unmöglicher Winkel. Ach, unmöglich. Ist doch dein zweiter Vorname. Unmöglich, dieser Schicki. Und das ist... Kommt, der ist bitter. Fast. Kommt, wir müssen Druck machen vorne. Viel mehr Druck aufbauen. Los. Zurück, zurück, zurück. Zurück. Siehste? Über die Prüfungsphase. Reicht das an Druck aufbauen. So. Oh, ich bin kaputt. Komm, Shadow. Jawoll, Skr. Jawoll, Skr. Jetzt. Aber dann mal ein guter Team. Jetzt geht's los. Jetzt geht's. Oh, Brokart hat das Spiel verlassen. Shadow Wolf hat ihn auch gut gerollt. Was? Du hast es doch gesagt. Die Zeit hat er, um zu tippen, wirst du? Nee, ich mach dabei. Ich mach doch hier. Jetzt hat er Skills und so erhöht. Wirst du, während andere noch in Villariba kochen, wirst du, tippt er schon. So. Komm. Die können immer noch zwei Tore machen. Da ist Schickis Tor. Oh, nicht ganz. Nee, der ist zu hoch. Ein bisschen zu hoch. Oh, Firefox. Ja, der Winkel war scheiße. Also, ich finde, du fliegst schon. Das ist schon mal viel wert. Ja, ich flieg auf dich. Love is in the air. Love is in the air. Da, 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 da. Oh. Schicki, Tor. Da, ba, 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 ba. Da kommen die dran, du. Lecke Bums. Okay, das war's. Das ist unser Spiel. Yeah. Sie spielen unser Spiel. Ich will jetzt auf meinem Level steigen. Da geht mir vorzünder. Vorzünder, okay? So. Jawoll, es geht. Na siehst du, bist du doch ins Spiel gelevelt hier. Dachaufsatz-Blootus-Bloomber. Was bist du jetzt? Bist du zwei oder drei? Boah, Kiste total fantastisch. Bist du zwei? Ich bin zweieinhalb. Ach, super. Wo sieht man das? Das sieht man nicht. Das sieht man nur ganz kurz. Ach so. Ach, das Level. Ein und ich. Hello. Oi, oi. Ich steh frei, ich steh frei. Ich steh frei. Shado steht nur rum. Nein, ich hatte einen Leck. Ich hatte einen Lack. Oh, ich steige den Lack. Ich wollte gerade die Wacht runter so hoch. Diese fährt er nicht. Ich steh in Schriegel schon unten, obwohl ich ein Fahrtassengericht hab. Ich spiele, ich spiele. Aber auf unserer Seite. Drüben sind zwei Leute. Lass ihn laufen. Ach komm. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Okay, vorbei. Oh oh. Achso. Ich habe ihn. Ihr hängt immer voll aufeinander. Ihr müsst weiter aufeinander spielen. Er fährt ja mal da, wo ich nicht bin. Ja. Ihr fahrt immer zusammen. Ihr müsst euch aufteilen. Ich bin doch nicht. Das schon wieder. Wir machen ja noch mehr Tore. Wir spielen ja schon echt. Aber wenn das klappt. Dann wären wir ja. Dann wären wir die Pro-Skill. Nicht mit mir. So. Er ist immer da, wo sie nicht sind. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh, das ist aber eine schöne Torex-Bone. Ja. Pennywise ist wieder da. So. Oh, nur die solche Klau mit dem Kniebe-Klauen. Achso. Eio, Eio. Was? Der Firebolt geht drüber. Jetzt hast du ihn jetzt wieder. Oh oh. Schicki, du heilst den. Was? Der ist im Tor drin, nicht auf der Leorlinie. Das ist nicht ganz. Danke schön. Das ist schon richtig so. Na, kommt da. Der hat dann Schicki geflogen. Er hat sich nie wieder auf den Kuss. Oh 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 oh. Warum ist keiner hinten? Oh. Den doch, nein, das war falsch. Oh oh, Alter. Ist ja gerade ein Controller geflogen, das klang gerade ein bisschen so. Ja. Aber nur aus Versehen. Der Nintendo Switch Pro Controller, der fliegt nämlich nicht so ohne weiteres. Hat nämlich keine Haare dran. So. Was? Äh, Federn. Ein Controller mit Haaren. Das ist so schön. Das ist so schön. hast du schon wieder da ist der controller das ist auch so viele arten hei jetzt machen wir in hier aber auch fast ich war so dicht dran tor zu machen jetzt nicht siehst du schick gemacht ist von hinten alleine jetzt der hasen hat gar nicht sich bewegte ist ein in der gruppe dass du nicht mehr hüpfen kannst dein ball ist dein persönlicher ball ja dein ball ja ich muss runter weg was ist denn hier schon wieder dein ball bitte bitte und zwar so was von der ein siehst du ich wusste das habe ich doch gesagt habe ich doch gesagt mit der mitte gucke bitte bitte man muss den shadow anscheinend nur ein bisschen motivieren motivieren das ist dein persönlicher ball motivieren der gehört nur die los motiviert das ist meiner jawohl motivieren motivieren okay hinten 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 ach genau das jetzt nach vorne los druck machen wir müssen mehr druck aufbauen aber nicht so das war ja auch nur ein negativ beispiel shadow ist dein persönlicher ball bei hinten bleiben hinten bleiben genau bin ich eigentlich im richtigen vor ja bist du richtig tor vorne 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 ist feuer frei los ihr schafft das ja der shadow der shadow schleicht sich an hatte ich bin weg vom feld gerade hier ich bin weg die schick ist die geschichte und das tor guck mal guck dir das an mit ansage unhaltbar für den hassan ich hatte spiel verlassen tut mir leid also viel gemein oder ich bin stufe 32 geworden gerade und ich bin stufe 3 und ich habe ein schleifchen bekommen das lege ich an und eine kiste was ihr seid ihr niedlich ja so drückt mal weiter hier bitte danke champions viel ich hab eine kuh auf dem dach ich bin ein tor ist drin tja das macht das schleifchen tja hassan unhaltbar hast du spiel wieder mit denselben leute ja mal dampfwalze echt die dampfwalze ist am start jawohl warum was per bull ach ich bin nicht reingekommen verdammt aber der schicke kommt ran schicke hat immer einen längeren was in der tat ja also schicke kommt immer an die sachen ran wo wir nicht ankommen ganz einfach also hat er mal einen längeren arm oder atem oder das ist ein tor wow na wer geht als erstes jetzt raus ecu da holt er sich einfach mein turbo und besser ist doch unfassbar ach komm die kann ich nie so richtig abschätzen in diesen ganzen luftballonen als publikum ja sagt man luftballone oder noch mal luftballon ich glaube das sagt man noch so ja was jetzt das so wie mit kaktusse kaktus ist ja auch wieder modern weißt du ich habe mal gelernt es heißt kakten aber okay wie globusse wie globen ne ja mindestens vorsicht tor ja ich wollte dich bloß darauf hin arbeiten auf den ball ja ich bin nur hier auch das geht an tor danke jetzt seid mal nett zueinander nein das hat er gesagt ja müssen wir irgendwie ja so scheiße komm lustig machen ist eine sache aber beleidigen da werden da ist eine rote linie oder schwer weil also scherze machen ist eine sache ja ich merke mich nicht aufschreiben aber mir reicht ja der nick rama kommt an ira ja schon nach letter rufen das wäre es doch in rama letter und keine ahnung irische butter der spitzname meiner frau ist carrie aber mit c und mit a und mit doppel r und sie ist goldig ne und sie ist goldig genau vorsicht enges tor das ist ein stolper hoch bei aber sie stolpern selber gut dass sie gut dass sie unfähig sind ja idiot mitte mitte der kommt eindeutig mitte und die schlechten wieso sind wir denn schlecht wir waren schon mal schlechter wir waren schon mal schlechter ja ist doch gut dass wir mal ja weil wir ausgehungert sind wir sind ja genau so rocket league stau was erzählst du denn hier also ich persönlich habe ja kein problem mit meiner libido aber ich habe eine akute rocket stau was können wir denn was können wir denn dabei tun zusammenstau im gegenverkehr was mehr aktivität am controller ja oder am stick am joystick mehr aktivität am joystick eindeutig wieso denn das ist schon wieder subtil ich weiß ja macht doch ist doch nicht richtig so geht jetzt mal einer bei uns ins tor ja doch kick it like weckham hier ach komm das wäre fast ein tor für mich geworden jawohl was ist das denn tja geschenkt ist geschenkt wiederholen ist gestohlen so ich will den typen jetzt melden wie geht das jawohl um ja 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 ja